Was geht ab, meine lieben Freunde? Und zwar bin ich gerade bei meinen Kollegen zu Besuch. Ich wollte ein bisschen Keyboard spielen und ich habe auch ein paar Aufnahmen gemacht. Ich würde sagen, bis denn, ciao und viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.